Freunde, es freut mich wahnsinnig, wieder hier zu sein und all diese lieben Menschen zu sehen. Das ist großartig und der eine oder andere hat sogar gesagt, er würde mich vermissen. Das geht ins Herz. Vielen, vielen Dank. Ich bin montags ehrlich gesagt nicht aus Desinteresse nicht mehr dabei, sondern ich habe konstant zwischen 25 und 30 Prozent Krankenrate bei jedem Unternehmen. Und ich kann mich immer entscheiden, arbeite ich samstags oder arbeite ich montags bei uns im Laden. Ich habe mich für montags entschieden, weil meine Frau ja in Düsseldorf lebt und ich pendeln muss oder pendle, gerne, gerne pendle, nicht nur muss, sondern gerne pendle. Und da ist der Montag einfach der bessere Tag. Und ich bin vor 19.15 Uhr oder 19.20 Uhr am Montag nie in Bamberg und deshalb schaffe ich das nicht mitzulaufen. Aber jetzt war heute wieder die Gelegenheit und die habe ich natürlich auch beim Schott war ergriffen und bin wieder dabei. Ich kann euch gar nicht so viel Neues erzählen. Ihr wisst alles aus den Nachrichten. Ihr wisst, wofür ihr seid und wogegen. Aber ich möchte euch ein paar andere Inspirationen auf den Weg geben. Ich habe mich sehr beschäftigt in den letzten Wochen und Monaten mit medialen Dingen. Und eins kann ich euch sagen, Ende 2024, und das sagen eigentlich alle Medien, wird unser Land nicht mehr ansatzweise so sein wie heute. Wir werden in einem anderen Land leben. Und das muss uns allen bewusst sein. Und wir müssen genau dieses Bewusstsein weiter forcieren und uns genau darum kümmern.